Gemäß dem Motto Tue Gutes und Rede Darüber kann man in einem Vorort der philippinischen Hauptstadt Manila dieses beeindruckende Anwesen eines erfolgreichen Geschäftsmanns bestaunen. Und das Besondere daran ist, dass es für einige Tage vor Weihnachten auch noch die Türen öffnet. Abends von 6 Uhr bis Mitternacht können alle Menschen gratis das Lichtermeer und das Gebäude besichtigen. Der Geschäftsmann Rick Villanueva mit weiteren Hintergründen zu seiner Motivation. Da ich in meinem Leben mit so viel Wohlstand gesegnet wurde, habe ich das Gefühl, dass ich die Pflicht habe, dies zu tun und zu teilen. Außerdem habe ich eine Passion für Weihnachtslichter und für Weihnachtshäuser. Daher versuche ich auf diesem Weg, anderen zu helfen und an Weihnachten viel Freude zu verbreiten. Nach eigenen Angaben hat der Geschäftsmann Villanueva bereits über 44.000 US-Dollar investiert. Und er will noch weitermachen. Entsprechend begeistert zeigte sich diese Besucherin hier. Noch nie habe ich so viele Lichter auf einmal gesehen. Es ist wie in einer anderen Dimension. Hier ist wirklich Weihnachten. Und darum geht es dem erfolgreichen Geschäftsmann und selbstdeklarierten Menschenfreund ja auch, dass die Menschen etwas zu bestaunen haben und sich so auf das Weihnachtsfest freuen können.